Das nennst du Pornös? Baby, jetzt wird's Pornös. Das ist Pornös. Das ist richtig 80er Jahre. Die hab ich aus den 80ern geholt. Also da bin ich extra in die 80er zurückgereist. Und hab gesagt, Dude, gib mir deine Most Porn Brille ever. Und hat er gesagt, Dude, das ist sie. Und hab ich gesagt, Dude, Hammer. Ah, fast. Hab ich doch gewusst, dass der da sich wieder hinstellt. Hätte ich fast meinen Blindschuss getroffen. Aber leider nur fast.